. . . . . . . . . Das ist Ihr für ein anderes Hott, oder? Das ist wohl noch wahrscheinlich. Der hat die Bären gewonnen, oder? Der Feuerwehr, oder? Nein. Ja. Feuerwehrmann, oder? Ja. Feuerwehrmann, mein Lieber. Nee, als Hoppy. Als Hoppy? Ja. Ach so. Ich bin der Einzige für den Zeit. Der Einste. Der was? Der Einzige? Ja. Ach so. Ja. Was ist Ihr Hoppy? Ja. Ich bin der Einzige für den Zeit. Der Einzige. Das ist ja eigentlich der DDR. Das ist eigentlich der DDR. Der DDR-Orgen? Ja. Erzähl mir. Ach was. Und das ist ja alles für Mischmas. Der DDR, Dolsand, und so weiter. Haben Sie auch einen eigenen? Nee. Alle zusammen gekauft? Nee. Ich bin nicht so weit gekommen, wenn ich es sonst hat und so weiter. Und Sie sammeln Stofftiere, oder? Ja. Es sind immer 100 Tiere am Schema. 100 Tiere zu Hause? Ja. Ich habe gerade DDR-Fahrenheime, alles. Ja? Ja. Aber ich muss sagen, ich habe alles DDR. Aha. Das sind richtige DDR-Fähne, oder? Ja. Immer noch. Ich würde mal so sagen, ich bin DDR-Kurs geworden. Ich kenn DDR. Ja. Und meine, na gut, mir ist das an den Fest gegangen. Ich kann nicht lesen. Ich werde nicht schreiben. Kann nicht. Weil meine Arbeiter hat. Da wird gut absetzt dort. Was heute noch nicht machen ist. Sie können nicht lesen und schreiben? Nee. Nee. Nein. Nein. Ja. Und dann, wenn du doch was bürgerig hießt. Warum nicht? Also, wenn du mal vier hießt, hast du einmal, hast du Beine, kannst du anpacken. Ja. Lesen. Wo in dem aber bei uns nicht, wo man so fährt. Weil man überhaupt was anpacken kann. Wo man kämpft nicht und so weiter. Ja. Und heute ist es so, muss ich sagen, du musst lesen, du musst heim können, du musst einen Hof haben. Ja. 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 Und was auch? Ja. 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 Und was auch? Ja. Und was auch? Und was treiben Sie jetzt so als Rentner? Ja. Ja, es geht so 1.000, 12 Mark. Ja. Aber, ja. Und was machen Sie so den ganzen Tag? Ja. So können Sie mal Kullis einsammeln, dann gehen Sie in der Ferne, dann Teichlofis, dann sammeln Kullis ein. Kullis? Ja. So Bodenpeckchen? Kugelschreiber? Ja. Ach so, die sammeln Sie auch? Ja. Vorher habe ich 3.770 Kulis. 3.700 Kulis? Ja, 770. Ach so. Und den nehmen Sie immer mit? Nee, der hat weiter ausgegangen. Immer andere. Ach so. Tatsächlich? Ja. Die führen Sie dann immer aus? Ja. Heute die Schweine und die Beeren? Ja. Was ist das? Was ist das? Sehr feiner. Das ist ein Bär. Bär, gell? Ja. Das ist aber nett, dass die mal rauskommen. Ja. Das ist mein Name. Herr Pfrutsch? Ja. Okay. Herr Pfrutsch, danke für die Auskünfte. Wiedersehen. Und kämpft. Lass uns nichts gefallen. Wir lassen uns nichts gefallen. Und kämpft. Tschüss. Und gute Fahrt. Danke. Servus. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.